Guten Tag, dann begrüße ich Sie zur Vorlesung Algorithmen 2. Wir haben am Montag das Kapitel zu kurzen Wegen abgeschlossen, haben dabei aber sozusagen als Nebeneffekt auch bereits fortgeschrittene Datenstrukturen kennengelernt für Prioritätslisten, insbesondere solche, die zusammen mit Dijkstra's Algorithmus eingesetzt werden können, aber durchaus auch andere Einsatzmöglichkeiten haben. Wir haben Knotenpotenziale kennengelernt und so ein bisschen Blick über den Tellerrand zu guten Planungsalgorithmen. In dieser Reihenfolge ist das nächste Kapitel, das zu fortgeschrittene Datenstrukturen. Das ist so ein bisschen ein virtuelles Kapitel dieser Vorlesung, weil wir das verteilen eigentlich über mehrere andere Kapitel. Zum Beispiel haben wir das gerade gesehen für monotone, ganzzahlige Prioritätslisten. Wir werden das im Kapitel über randomisierte Algorithmen, werden wir was über perfektes Hashing lernen. In unserem Lehrbuch gibt es was über Suchbäume. Das ist auf den ersten Blick Stoff von Algorithmen 1, aber mit Suchbäumen kann man noch eine ganze Menge andere Dinge tun. Da werden wir aber hier in der Vorlesung nicht groß drauf eingehen. Wir werden externe Prioritätslisten als Beispiel für eine externe Memory-Datenstruktur in dem entsprechenden Kapitel über externe Algorithmen sehen. Und wir werden auch für geometrische Algorithmen auch wieder spezielle geometrische Datenstrukturen sehen. Die einzige Datenstruktur, die jetzt hier in diesem Foliensatz dabei ist, sind adressierbare Prioritätslisten. Aber das hat der Demian Hespe Ihnen ja bereits vor zwei Wochen erklärt. Also sind wir jetzt eigentlich mit Kapitel 3 schon fertig. Ja, außer dass eben in Zukunft noch einiges zu zum Beispiel perfekten Hashing und sowas kommen wird. Das bringt uns zu Kapitel 4 und setzt sozusagen den großen Teil der Vorlesung über fortgeschrittene Graphenalgorithmen fort. Insbesondere auch den Teil, wo wir Dinge wieder aufgreifen, die in Algorithmen 1 schon da waren. Wir hatten in Algorithmen 1 ein Algorithmen-Schema kennengelernt, nämlich Tiefensuche, mit der man eine Vielzahl von Problemen lösen kann. Wir hatten damals relativ simple Dinge gemacht, wie topologische Sortierung. Und am Beispiel von starken Zusammenhangskomponenten möchte ich heute und nächste Woche vorstellen, wie man deutlich schwierigere Probleme mit Tiefensuche lösen kann, auch in linearer Zeit. Das ist dann zum Teil überraschend. Da wären naive Algorithmen, würden vermutlich quadratische Zeit oder sowas brauchen. Oder n mal m oder irgendwie sowas. Zur Erinnerung hier, das Tiefensuche-Schema selber ist eigentlich sehr einfach. Wir haben Basis-Operationen, Initialisierung, Besuch einer neuen Wurzel, Traversieren von Baum- und Nicht-Baumkanten, sowie Backtracking über Baumkanten. Was das bedeutet, sieht man, wenn man sich das Schema selber anguckt. Initialisierung ist klar. Insbesondere wird da sozusagen eine ganz einfache Basis-Datenstruktur verwaltet, die Knoten-Markierungen verwaltet. Und die werden beim Initialisieren alle auf Nicht-Markiert gesetzt. Also das DFS ist eine Exploration der Knoten des Graphen und auch der Kanten des Graphen. Dann gibt es eine Hauptschleife, die über alle Knoten SNV iteriert. Und wenn dabei ein Nicht-Markierter Knoten gefunden wird, wird von dem aus die eigentliche Tiefensuche gestartet. Das ist eine rekursive Prozedur DFS. Und was dann außerdem noch passiert ist, wenn man so einen Nicht-Markierten-Knoten findet, wird er markiert und es wird so eine Basis-Operation Wurzel ausgeführt. Die im Prinzip so eine Tiefensuche auch wieder initialisiert und anwerfen kann. Die rekursive Prozedur DFS selber kriegt zwei Parameter, U und V. U ist sozusagen der Knoten, von dem die Suche herkommt. Und V ist der Knoten, der jetzt exploriert werden soll. Und da werden insbesondere alle von V ausgehende Kanten VW angeschaut, nacheinander. Und dann gibt es eine Fallunterscheidung, wenn W bereits markiert ist, ist das eine Nicht-Baumkante. Da wird eben die Basis-Operation Graviosiere Nicht-Baumkante aufgerufen. Sonst ist es eine Baumkante. Und es wird eben die Operation Traverse-Tree-Edge aufgerufen. In dem Fall wird dann W markiert und rekursiv DFS für diese Kante VW ausgegeben. Also diese Baumkanten bedeutet eigentlich nichts anderes, dass für jede Wurzel, die man da findet, wird ein Baum exploriert von eben Baumkanten. Und für jede Baumkante wird einmal ein rekursiver Aufruf gemacht. So, und wenn das fertig ist, wenn also alle von VW ausgehenden Kanten exploriert sind, dann wird eine Operation Backtrack aufgerufen auf UV, also die ursprünglichen Parameter von DFS. Dann kann man sozusagen Sachen wieder zurückbauen. Ja, jetzt auch zum Warmwerden. Man kann die Knoten entsprechend dieser Tiefensuche durchnummerieren. Das sind insbesondere Nummerierungen, die wir später dann für unseren Anwendungsalgorithmus benötigen. Was vielleicht am naheliegendsten ist, diese DFS-Nummerierung. Da wird im Init halt eine Variable deklariert, DFS-Post, die auf 1 initialisiert wird. Und in den, die Operationen Root und Traverse-Tree-Edge weisen halt diesen da besuchten Knoten die aktuelle DFS-Position zu und inkrementieren DFS-Position zu. Das nummeriert also im Endeffekt durch, in welcher Reihenfolge die Tiefensuche, die Knoten besucht. Und wir definieren uns jetzt hier so eine Relation precedes, U precedes V, oder U kommt vor V, genau dann, wenn die DFS-Nummer von U kleiner ist als die DFS-Nummer von V. Also das hier ist jetzt im Endeffekt eigentlich nur eine Abkürzung, die wir für den Vergleich von DFS-Nummern verwenden werden. Eine wichtige Beobachtung für das, was folgt, ist das Knoten auf dem Rekursionsstapel. Also wir haben ja hier eine rekursive Aufrufe von DFS. Und innerhalb der Rekursion wird natürlich implizit ein Stapel verwaltet. Auf dem Rekursionsstapel sind die Knoten bezüglich dieser Vorgängerrelation sortiert. Das werden wir auch noch machen. So eine andere komplementäre Nummerierung dazu ist Finishing Time. Die wird bei Init ebenfalls mit 1 initialisiert. Und bei einer Backtrack-Operation UV, das ist ja sozusagen, wir sind mit V fertig und gehen jetzt zu U zurück, wird halt die Finishing Time von V auf den aktuellen Wert von Finishing Time gesetzt und inkrementiert. Wir hatten in Algorithmen 2 dann unter anderem eine Klassifizierung von Kanten nach, ich glaube, Tree Edges, Forward Edges, Backward Edges und Cross Edges gemacht, die dann auch diese Nummerierung im Endeffekt verwendet haben und die Tatsache, ob etwas markiert ist oder nicht. Das sind also so ganz fundamentale Sachen, die man braucht, um sich sozusagen in einer tiefen Suche zurechtzufinden. Die DFS-Nummer und die Finishing Time, und das sind Dinge, die man dann auch in vielen anderen Anwendungen wieder verwendet und die einem ein bisschen was über die Struktur des Graphen auch verraten und wir werden für unsere Anwendung hier jetzt sehen, dass die uns sehr viel verraten. Und zwar geht es jetzt um starke Zusammenhangskomponenten. Das ist eigentlich eine ganz fundamentale Eigenschaft von Graphen, die man eben auch in vielen Anwendungen von Graphen benötigt oder um Graphen zu analysieren, um Graphen zu vereinfachen und so weiter. Also was sind Zusammenhangskomponenten? Wir definieren eine Relation Doppelfeil-Stern. Es ist schon relativ suggeriert bereits, dass das hier was mit Faden zu tun hat. Und es gilt U-Doppel, ja, oder nennen wir das mal zusammenhängend mit. U ist zusammenhängend mit V, falls es einen Pfad von U nach V gibt und einen Pfad von V nach U. Starke Zusammenhangskomponenten kann man auch auffassen, als eine Verallgemeinerung des Konzepts, des Zusammenhangs von Graphen. Also sagen wir so, das Konzept des Zusammenhangs von Graphen ist sehr einfach bei ungerichteten Graphen. Da ist bei Reichbarkeit etwas sehr Symmetrisches. Wenn ich von U nach V komme, komme ich auch von V nach U, weil ich Kanten in beide Richtungen traversieren kann. Bei einem gerichteten Graphen haben wir halt in Algorithmen 1 bereits dieses einfache Konzept kennengelernt von gerichteten arzyklischen Graphen. Das waren dann Graphen, wo man die Knoten so anordnen kann, dass die Kanten immer nur von links nach rechts gehen. Das ist im Allgemeinen nicht möglich. Es kann Kreise geben. Und Kreise sind aber auch was Interessantes. Wenn ich Knoten habe, die auf einem Kreis liegen, dann kann ich in beide Richtungen gehen. Und wenn ich jetzt also das Konzept der Erreichbarkeit in allgemeinen gerichteten Graphen charakterisieren will, dann brauche ich eigentlich dieses Konzept von starken Zusammenhangskomponenten. Nämlich, es gibt einerseits diese einfache Erreichbarkeit, ich kann von U nach V kommen, aber oft braucht man auch die Tatsache, aha, ich kann in beide Richtungen gehen. Das ist hier mit dieser Zusammenhänge mit Relation gemeint. Also insbesondere definiert diese Relation eine, ist das eine Äquivalenzrelation? Das kennen Sie vielleicht aus HM, das ist also lineare Algebra. Eine Äquivalenzrelation, das ist die symmetrisch, transitiv und noch was. und was auch wichtig ist, dass so eine Relation Äquivalenz Klassen definiert. Das heißt, diese Relation partitioniert die Knotenmenge in Teilmengen, jede dieser Teilmenge ist dann stark zusammenhängend, das heißt, beliebige Knoten in so einer stark zusammenhängenden Teilmenge können sich gegenseitig erreichen. Genau, also die Äquivalenzklasse in dieser Relation nennt man starke Zusammenhangskomponenten. Hier ist ein Beispielgraf, der hat nur eine nicht-triviale starke Zusammenhangskomponente, das sind diese hier, weil man kann von C nach F nach G, also hier, da kann man sowieso, man kann aber auch C, F, G, D oder mit dem Abkürzung hierhin und im Endeffekt können alle diese Knoten sich gegenseitig erreichen, während die anderen Knoten Zusammenhangskomponenten für sich bilden. Eine interessante Beobachtung ist auch, dass wenn man jetzt einen Graphen zusammenschrumpft, dass man jede Zusammenhangskomponente durch einen neuen Knoten ersetzt, dann entsteht gerade ein gerichteter azyklischer Graph. Und es ist tatsächlich auch so, dass viele Graphenalgorithmen so funktionieren, dass man zunächst mal Operationen lokal auf starken Zusammenhangskomponenten ausführt und dann auf dem gerichteten azyklischen Graphen der starken Zusammenhangskomponenten dann weitere Operationen ausführt und damit das Gesamtproblem lösen kann. Genau, das ist noch eine schöne Übung, mal zu beweisen, dass das eine Äquivalenzrelation ist, aber das soll uns jetzt nicht so berühren. Gibt es noch Fragen zu starken Zusammenhangskomponenten? Ich will vielleicht nochmal eine Anwendung von starken Zusammenhangskomponenten erwähnen, die vielleicht auch nicht unwichtig ist. Wir hatten beim letzten Mal über Routenplanung geredet, also da hatten wir eine Vorberechnung gemacht, die es erlaubt, einen Graphen so vorzubearbeiten, dass wir danach schnell zwischen beliebigen Knoten entscheiden können, wie lang ist der kürzeste Weg, den auch berechnen. Eine noch einfachere Operation, die man in vielen Anwendungen braucht, ist die Erreichbarkeitsrelation, also man möchte einen Graphen so vorverarbeiten, dass er, dass man danach schnell beantworten kann, für beliebige Knotenpaare komme ich von einem Knoten zum anderen. Da gibt es eine große Literatur auch in der Forschung drüber, weil man das für viele Anwendungen braucht, gerade in der Bioinformatik stellt man dann zum Beispiel so Fragen, wie besteht irgendwie ein Zusammenhang zwischen zwei biochemischen Molekülen, wenn man ein großes Netzwerk hat von Reaktionen, die da stattfinden können, also beeinflussen die sich gegenseitig und dann will man im Endeffekt wissen, gibt es da einen Pfad. Wenn man dieses Problem schnell beantworten will, merkt man relativ schnell, dass es eigentlich genug ist, das Problem auf einem gerichteten arzyklischen Graphen lösen zu können, weil was man macht, ist, dass man erstmal die starken Zusammenhangskomponenten berechnet und dann diesen Schrumpf Graphen hier und wenn man dann eine Anfrage hat, dann guckt man erstmal, sind die beiden Knoten in der gleichen starken Zusammenhangskomponenten? Wenn ja, ist es klar, die sind erreichbar in beide Richtungen, wenn nein, muss man halt nur für jeden Knoten gucken, in welcher starken Zusammenhangskomponent er ist und dann muss man das Erreichbarkeitsproblem in diesem gerichteten arzyklischen Graphen lösen. Das heißt, das ist jetzt ein typisches Beispiel, wo man das Berechnen von starken Zusammenhangskomponenten als ein Vorverarbeitungsschritt benötigt, um ein anderes Graphen-theoretisches Problem zu lösen. Ja, es gibt noch eine ganze Reihe anderer Anwendungen. Wir haben zum Beispiel in unserem Graph-Partitionierer brauchen wir starke Zusammenhangskomponenten als einen Zwischenschritt. Ja, müsste man mal vielleicht ein Thema für die Übung mal Anwendungen sammeln. Weitere Fragen dazu? So, jetzt wollen wir einen Algorithmus dafür herleiten. Wir fangen ganz abstrakt und ganz simpel an, müssen dabei ein paar Begriffe einführen und kriegen dann langsam die Kurve, wie man diesen abstrakten Algorithmus so implementiert, dass man einfach nur noch diese Basis-Operationen von der Tiefensuche implementieren muss. Und das ist irgendwie ganz interessant. Ich glaube, ich brauche so 30 Folien oder sowas, um den Algorithmus zu erklären. und auch so, dass man den versteht. Am Ende sind das aber nur, ich weiß nicht, 15 Zeilen Pseudocode oder so. Aber ich glaube, wenn ich Ihnen den Pseudocode jetzt einfach so vor den Latz knallen würde, würden Sie sagen, schön, da werden einfache Operationen durchgeführt, aber was passiert da bitte? Also das ist ein Beispiel für einen Algorithmus, der sehr einfach ist, wo man aber sehr viel Erklärung braucht, bis man versteht, wie der funktioniert. Aber es ist jetzt nicht so, dass es einen anderen Algorithmus gäbe, der deutlich einfacher wäre. Insbesondere ist das hier, also es gibt, ich weiß nicht, drei oder vier Algorithmen für starke Zusammenhangskomponenten, die alle in Linearzeit laufen. Die sind sich alle durchaus ähnlich. Es gibt einen, der aus meiner Sicht ein bisschen einfacher verständlich ist, als der, den wir hier vorführen, aber der braucht grob gesagt doppelt so viel Ausführungszeit, weil der macht im Prinzip zwei Tiefensuchen und wir geben jetzt einen Algorithmus an, der mit einer Tiefensuche auskommt, die eine Spur komplizierter ist, als diese zwei Tiefensuchen und der dann zusätzliche Stapeldatenstrukturen als, und auf denen noch Zusatzoperationen durchführt, aber am Ende ist das auch ein sehr eleganter Algorithmus. Ich hoffe, wenn Sie mir sozusagen jetzt folgen, am Ende mir zustimmen, dass es sehr elegant ist, wie man hier über einen abstrakten Algorithmus zu einer sehr einfachen Instanzierung dieses DFS-Schemas kommt und damit auch in gewisser Weise den effizientesten Algorithmus für dieses Problem hat. Okay, werden wir mal konkreter. Also, der abstrakte Algorithmus ist super simpel. Wir fügen eine Kante nach der anderen hinzu. Ja, ganz simpel. Wir fangen also mit einem Graphen GC an, der die Knotenmenge des Eingabegrafen hat und der gar keine Kanten hat. Dann haben wir eine Hauptschleife, die sagt for each edge in E. E ist die Kantenmenge des Eingabegrafen. Züge E zu EC hinzu und wir müssen irgendwie die Invariante aufrechterhalten, dass wir die starken Zusammenhangskomponenten von GC kennen. Die ist am Anfang trivial erfüllt, weil die starken Zusammenhangskomponenten eines Graphen ohne Kanten sind einfach isolierte Knoten. Wir müssen uns überlegen, wie können wir diesen inkrementellen Algorithmus durchführen und wir haben dabei die Freiheit, uns auszusuchen, in welcher Reihenfolge wir die Kanten hinzufügen. Und wir werden die in der Reihenfolge hinzufügen, in der eine Tiefensuche die exploriert. Und wir werden feststellen, dass das eben eine geschickte Reihenfolge ist, weil wir das Ganze dann effizient verarbeiten. Fragen dazu? Also nochmal formal, dieser Schrumpfgraf, genau, dieser Graph GC ist sozusagen der momentane Snapshot, also der Teil des Graphen, den wir schon gesehen haben. Und für den gibt es einen Schrumpfgrafen, dessen Knoten sind die starken Zusammenhangskomponenten von GC und die Kanten im Schrumpfgrafen verbinden solche starken Zusammenhangskomponenten von GC, wo es eben Knoten in EC gibt, zwischen denen Kanten verlaufen. Und wie bereits gesagt, dieser Schrumpfgraf ist immer azyklisch. Fragen dazu? Relativ simple Definition. Und jetzt kann man sich fragen, welcher, also jetzt geht es darum, wir wollen so einen inkrementellen Algorithmus machen. Was sind die Operationen, die wir durchführen müssen, wenn neue Kanten hinzukommen? Erstmal ganz abstrakt. Da gibt es mehrere Fälle. Zunächst mal, wenn so eine Kante innerhalb einer starken Zusammenhangskomponente von GC verläuft, dann verändert sich eigentlich nichts, weil eine starken Zusammenhangskomponente kann schon jeder jeden erreichen. Neue Kanten ändern daran nichts. Ja, da müssen wir nichts tun. Der interessante Fall ist also offenbar, wenn eine Kante zwischen zwei starken Zusammenhangskomponenten von GC verläuft. Dann gibt es wiederum zwei Unterfälle, der relativ einfacher ist. Wenn der keinen Kreis in GC S schließt, dann ist es eben einfach eine neue Kante, das bleibt ein richteter azyklischer Graph, es gibt keine vergrößerten starken Zusammenhangskomponenten. Wenn aber ein Kreis geschlossen wird, das ist hier jetzt so ein Beispiel, also stellen Sie sich vor, wir haben die schwarzen Kanten alle schon gesehen, dass hier die blau umrandeten Gruppen von Knoten sind jetzt starke Zusammenhangskomponenten von GC und die nächste Kante ist die rote hier, dann wird praktisch ein Kreis zwischen den starken Zusammenhangskomponenten geschlossen und ich muss die beiden starken Zusammenhangskomponenten zu einer großen starken Zusammenhangskomponente kollabieren. Fragen dazu? Und ich muss mir halt jetzt so eine konkrete Implementierung Datenstrukturen ausdenken, die es mir erlauben, das effizient zu tun. Genau, das wollen wir jetzt konkret implementieren, indem wir Tiefensuche verwenden. Der Algorithmus ist von Sherian und Melhorn und es wurde wohl unabhängig von Garbo beschrieben. Es gibt jetzt verschiedene Möglichkeiten zu dem zu implementieren. Wir haben da relativ High-Level was gemacht. Es gibt noch einen technischen Report von Kurt Melhorn, Stefan Neher und mir, wo wir dann nochmal Faktor 2 rausbringen, indem wir so ein paar Beobachtungen machen, wie man mit möglichst wenig Datenstrukturen diesen Algorithmus implementieren kann. Aber das ist eher so Low-Level-Tuning. Hier machen wir das High-Level. Genau, noch ein paar Technologie-Sachen. Also VC sind die Markiere. Genau, jetzt kommen ein paar Design- Entscheidungen. Wir haben ja hier diesen Graphen GC, der enthält eigentlich die ganze Knotenmenge, aber wir interessieren uns insbesondere für die markierten Knoten, weil die anderen, von denen habe ich noch nichts gesehen, die bilden triviale, starke Zusammenhangskomponenten für sich in GC und EC sind halt, das ist eine Design- Entscheidung, die bisher explorierten Kanten. Also die bisher vom DFS explorierten Kanten. Damit definiere ich jetzt die Reihenfolge, in der ich die Kanten zu meinem Graphen GC hinzufüge. Und wir nennen Knoten aktiv, wenn sie markiert, aber noch nicht finished sind. Finished war, wir erinnern sich an diese Finishing Time, wenn also alle Kanten verarbeitet sind und die Backtrack-Operation durchgeführt wird, dann nenne ich diesen Knoten finished. Es gibt im Prinzip drei Arten von Knoten, welche, die überhaupt noch nicht markiert wurden, von denen habe ich noch nichts gesehen, welche, die finished sind, am anderen Ende des Extrems und die dazwischen sind, die aktiven. Ich habe ja diese ganz abstrakte Invariante, dass ich die starken Zusammenhangskomponenten von GC kenne. Und da habe ich aber eine gewisse Freiheit zu definieren, was ich damit meine. Und das erkläre ich jetzt. und da muss ich mir angucken, es gibt drei verschiedene Arten von starken Zusammenhangskomponenten von GC. Das sind erstmal die trivialen, nämlich unmarkierte Knoten, die nenne ich nicht erreichte starke Zusammenhangskomponenten, dann offene starke Zusammenhangskomponenten, die enthalten aktive Knoten und abgeschlossene starke Zusammenhangskomponenten, bei denen sind alle Knoten finished. Und da habe ich jetzt eine gewisse Verpflichtung, also ich bei den nicht erreichten und offenen kann ich Ihnen jetzt alle möglichen Definitionen vor den Latz knallen, wie ich die repräsentiere. Das kann auch sehr abstrakt sein, weil der Benutzer am Ende nichts davon sieht. Aber die Idee ist natürlich, dass am Ende, wenn ich alle Kanten hinzugefügt habe, tatsächlich eine wohl definierte, einfach zu verwendende Repräsentation der starken Zusammenhangskomponenten haben. Und das mache ich eben, indem ich für die Finish-Knoten tatsächlich ganz konkret angebe, wie die starken Zusammenhangskomponenten aussehen. Es ist nämlich so, es gibt ein Array-Component, das gibt es für den Knoten W an, falls er finished ist und zu einer abgeschlossenen starken Zusammenhangskomponente von GC gehört, dann gibt Component von W einen Repräsentanten einer starken Zusammenhangskomponente an. also ein Repräsentant ist einfach ein Knoten, den ich auswähle, der eine starke Zusammenhangskomponente repräsentiert und dessen ID, also dessen Nummer im Endeffekt speichere ich für alle anderen Knoten in der starken Zusammenhangskomponente ab. Das wird tatsächlich der erste Knoten sein, also das wird tatsächlich der Knoten mit der kleinsten DFS Number sein in einer starken Zusammenhangskomponente. Genau, noch Vereinbarung, Knoten von offenen Komponenten heißen offen und Knoten von abgeschlossenen Komponenten heißen abgeschlossen. Fragen zu dieser Notation, das ist jetzt zugegeben ein bisschen langweilig, aber hier stecken eben schon wichtige Designentscheidungen drin, insbesondere hier die Repräsentation der Aufgabe und eben der Klassifikation von Knoten und SCCs. So, jetzt haben wir hier endlich mal ein Bild und das werden Sie ganz oft sehen, weil darauf basiert eigentlich der ganze Algorithmus. Ich kann jetzt genauer sagen, was ich mit dieser Invariante meine. Ich kenne die starken Zusammenhangskomponenten und ich gebe weitere Invarianten an dieses Algorithmus, also Dinge, die während der gesamten Laufzeit unseres DFS-Algorithmus gelten und die ich benutzen kann, um entsprechende Updates der Datenstrukturen durchzuführen und um am Ende zu sehen, dass ich das korrekte Ergebnis kriege. Also eine Invariante ist, dass Kanten von abgeschlossenen Knoten zu abgeschlossenen Knoten gehen. Das gilt am Anfang trivial, weil ich habe keine abgeschlossenen Knoten. Die offenen Komponenten bilden einen Pfad in GC, im Schrumpfgrafen von GC. Das ist hier bildlich dargestellt als Knoten und der erste Knoten in jedem dieser Blobs ist der Repräsentant und außerdem kommen im Wesentlichen die Knoten in diesen starken Zusammenhangskomponenten konsekutiv bezüglich ihrer DFS-Nummer. Das Einzige, was hier passieren kann, ist, dass es hier Löcher gibt von abgeschlossenen Knoten. Aber von den aktiven Knoten, die ich habe, habe ich hier, also, wenn ich mir die DFS-Nummern aller Knoten in diesen offenen Komponenten angucke, dann kommen die kleinsten in S1, die nächstgrößeren in S2, die nächstgrößeren in S3 und so weiter. Das meine ich mit die Repräsentanten partitionieren, die offenen Komponenten bezüglich ihrer DFS-Nummern. Und das hängt eben damit zusammen, dass ich, das war diese allgemeine Invariante der Tiefensuche, dass nämlich sozusagen die Knoten, die auf dem Stapel liegen, aufsteigende DFS-Nummern haben. Und das präzisiere ich hier im Prinzip, dass ich sage, außerdem kann ich die Knoten, die auf dem Stapel liegen, partitionieren in starke Zusammenhangs, in die offenen starken Zusammenhangskomponenten von GC. Und das ist jetzt ganz wichtig, ja. Die abgeschlossenen, die sind sozusagen in trockenen Tüchern, die unerreichten, die sind trivial und die offenen starken Zusammenhangskomponenten sind die einzigen, an denen ich noch was tun muss und die haben aber eine sehr einfache Struktur. Die bilden jetzt nicht irgendeinen beliebigen Deck, in dem ich komplizierte Suchoperationen machen muss, sondern die liegen alle schön aufgereiht hintereinander auf dem Stapel. Das ist die Aussage dieser Invariante und die macht es sehr leicht, den Algorithmus einfach und effizient zu implementieren. Und das werden wir jetzt immer wieder sehen, wie das geht. Genau, und das Wichtige ist natürlich, was wir für die Korrektheit des Algorithmus am Ende zeigen müssen, ist, dass diese abgeschlossenen starken Zusammenhangskomponenten von GC tatsächlich die starke Zusammenhangskomponenten des Eingabegraphen sind. Das werde ich jetzt beweisen. Dafür betrachte ich einen beliebigen abgeschlossenen Knoten V und einen beliebigen Knoten B in der starken Zusammenhangskomponente von V bezüglich G. Das sind die SCCs, die ich haben will. und ich muss jetzt zeigen, dass W tatsächlich abgeschlossen ist und in der gleichen starken Zusammenhangskomponente von GC liegt wie V. Was ich dazu mache, ist, ich betrachte einen Kreis, der durch V und W geht. So einen Kreis gibt es ja immer, weil ich nehme mir an, die liegen in einer starken Zusammenhangskomponente von G. und die Invariante 1, das war das Kanten von abgeschlossenen Knoten immer zu anderen abgeschlossenen Knoten gehen, garantiert mir nun, dass alle Knoten von C abgeschlossen sind und nach Definition von abgeschlossen heißt das, dass die bezüglich der Tiefensuche finished sind und in einer Tiefensuche habe ich ja alle Kanten aus Finish Knoten exploriert also sind auch alle Kanten dieses Kreises insbesondere in GC weil GC enthält ja alle Kanten die ich exploriert habe also das ist in Ordnung jetzt kommt eigentlich die wichtigste Datenstruktur in diesem Algorithmus ich habe zwei Stapel die aufsteigend sortiert sind nach der DFS Nummer die nenne ich OREPS und ONOTES das sind gerade die offenen die Repräsentanten der offenen Komponenten und dann noch alle offenen Knoten in gewisser Weise also wir sehen das ja hier also das sind einerseits die Repräsentanten und dann alle offenen Knoten also eigentlich ist OREPS eine Teilmenge von ONOTES aber diese kleine Redundanz die leiste ich mir um das Ganze einfach zu halten genau was auch noch ganz interessant ist hier ich habe ja gesagt auf dem Rekursionsstapel der Tiefensuche liegen ja ohnehin die Knoten schon in der richtigen Reihenfolge und die sind aber sozusagen für den Algorithmus nicht explizit sichtbar deshalb habe ich die jetzt extra nochmal auf einem eigenen manuell verwalteten stapel ONOTES und da greife ich dann außerdem die repräsentanten noch raus um mit denen auch was machen zu können das ist dann einer der dinge die man dann in einer effizienten implementierung nochmal weg optimieren kann man implementiert die ganze Tiefensuche nicht rekursiv und hat dann im Endeffekt nur einen Stapel der dann die richtigen Informationen enthält so ja und jetzt kann ich daran gehen die einzelnen Operationen zu implementieren aber ich argumentiere jeweils warum die diese Invarianten aufrechterhalten und am Ende habe ich damit im Endeffekt die Korrektheit das Algorithmus bewiesen die Init-Operation ist ganz einfach ich habe halt dieses Array Component das für jeden Knoten eine Knoten ID speichert und die sozusagen meine Ausgabe repräsentiert das ist das was ich berechnen will die speichert für jeden Knoten den Repräsentanten seiner starken Zusammenhang Komponente und dann diese beiden Stapel OREPs und ONodes die am Anfang leer sind das sind hier mehrere Folgen alle Invarianten sind trivial erfüllt ich muss gar nicht viel zeigen weil es weder offene noch geschlossene Komponenten gibt und die unerreichten sind ideal Fragen soweit jetzt langsam etwas interessanter root ich habe also einen neuen tiefen suche starte an der wurzel speichere ich diesen wurzel knoten das ist der repräsentant der ersten offenen starken Zusammenhang komponente der die anfangs nur aus sich selber besteht muss dann natürlich auch in ONodes geschoben werden die Menge mit Element S ist dann die einzige offene Komponente und alle Invarianten bleiben natürlich gültig weil nichts anderes davon getroffen wird Fragen dazu Traverse Tree Edge da wird dann also Traverse Tree Edge VW da wird ja sozusagen neuer Knoten W erreicht den schiebe ich halt auf die beiden Stapel OREPs und ONodes damit ist W eine neue offene Komponente die DFS Nummer davon ist größer als alle anderen auf dem Stapel und überhaupt damit bleiben alle Invarianten gewesen spannender ist eine Non-Tree Edge da habe ich jetzt hier das Bild ich habe eine Non-Tree Edge VW ich bin jetzt gerade am Knoten V der sitzt hier ganz oben auf dem Stapel der interessante Fall dabei ist wenn der verweist auf einen Knoten der offen ist diesen Test ob der offen ist kann ich durch eine zusätzliche Markierung testen oder ja genau weil was dann was das bedeutet ist wenn das ein offener Knoten ist dann gehört der halt zu einer bestimmten offenen starken Zusammenhangskomponente hier ist alles stark zusammenhängend folglich gibt es auch einen Pfad von W zum Repräsentanten dieser starken Zusammenhangskomponente durch die Invariante weiß ich dass es außerdem einen Pfad gibt von dieser starken Zusammenhangskomponente bis zur letzten starken Zusammenhangskomponente das heißt ich muss all diese starken Zusammenhangskomponenten kollabieren zu einer einzigen und das kann ich einfach machen indem ich jetzt die und achso die wird ja repräsentiert dann durch den Repräsentanten von SI und die anderen Repräsentanten sind jetzt halt keine Repräsentanten mehr und das kann ich ganz einfach implementieren indem ich die von dem OREPS Stapel runterpoppe und wegschmeiße sozusagen und ich weiß wann ich abbrechen muss weil sobald ich einen Knoten finde der vor W ist oder nicht hinter W weiß ich aha das muss der Repräsentant sein für W aufgrund wieder meiner Invarianten die ja sagen dass die bezüglich ihrer Partitionen hier auf dem Stapel einfach konsekutive DFS Nummern haben oder die DFS Nummern auf dem Stapel partitionieren das heißt ich kann einfach durch Inspektion der DFS Nummern wissen wann ich hier mit dem Kollaps dieses Kreises von starken Zusammenhang Komponenten fertig bin jetzt kann man sich nicht noch überlegen muss ich nichts tun wenn weh ein Knoten ist der nicht offen ist dann ist es aber so das ist ja keine Baumkante wenn es eine Baumkante wäre wäre es dann ein unexplorierter Knoten wo ich durchaus was tun muss aber das ist ja gar nicht der Fall den ich hier habe sondern es ist ein Knoten der ist bereits markiert und da außerdem nicht offen ist kann er nur geschlossen sein aber dann ist die Kante uninteressant da gibt es dann im Buch ein eigenes Lemma dazu aber das ist relativ leicht zu zeigen dass der halt irgendwie keine starken Zusammenhangskomponenten dann zusammenschließen kann im Endeffekt ist das das was wir hier gezeigt haben der zeigt ja dann zu einer abgeschlossenen starken Zusammenhangskomponente und die ist ja wie wir bereits bewiesen haben fertig da kann die neue Kante keine neuen Informationen dazu liefern dann gibt es die Backtrack Operation das ist jetzt die Stelle an der ich tatsächlich Ausgabe produziere also hier haben wir den Fall Backtrack UV und die rote Kante über die mache ich eine Backtrack Operation da ist der interessante Fall wenn V ein Repräsentant ist und dann muss das der Repräsentant sein der gerade ganz oben auf dem Stapel liegt also ich mache den Text wenn V gleich OREPS .top ist dann wird sozusagen aus der offenen Komponente die hier oben liegt eine geschlossene weil dann weiß ich ja alles hier ist abgeschlossen der ist auch abgeschlossen ich habe alle Knoten in dieser starken Zusammenbringskomponente sind abgeschlossen dann muss ich eben die Datenstrukturen auch so updaten dass das passt das ist aber relativ einfach weil ich eben weiß dass auf dem anderen Stapel auf O-Nodes liegen eben genau alle Knoten in dieser starken Zusammenhangskomponente die poppe ich dann einfach alle runter und speichere sozusagen deren Repräsentant ab das ist nämlich genau V das mache ich so lange bis V gleich W ist dann habe ich hier alles abgebaut ich nehme das vom Repräsentanten Stapel runter weil der ist ja nicht mehr offen und ich bin fertig kann man sich wieder fragen was passiert wenn das nicht der Fall ist V ist kein Repräsentant naja dann ist das halt ein Knoten irgendwo hier dann passiert aber eigentlich nichts ich will den die Repräsentanten sind nicht beeinflusst es gibt weiterhin offene Knoten in dieser Zusammenhangskomponente und ich will außerdem diesen Knoten von dem ich wegtrecke auf dem Stapel Onodes durchaus behalten weil ich das ja gerade brauche um dann am Ende wenn der Repräsentant dieser starken Zusammenhangskomponente auch geschlossen wird dann die gesamte starke Zusammenhangskomponente en bloc abschließen zu können fragen fragen dazu also werden dann auch nochmal ein ausführliches Beispiel machen so jetzt ist ein bisschen die Frage wir wollen jetzt noch Übung machen aber vielleicht macht es Sinn wenn ich jetzt noch fünf Minuten oder so investiere um die Invarianten zu erklären oder nee wir machen es so also das ist ja durchaus ein relativ komplexer Algorithmus ich habe jetzt den kompletten Algorithmus vorgestellt können wir mal Pseudocode zählen das sind drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn elf zwölf dreizehn vierzehn fünfzehn sechzehn siebzehn achtzehn neunzehn zwanzig ein zwanzig zwei zwanzig Zeilen Pseudocode ja ich hoffe dass ich so ein bisschen evident gemacht habe warum der diesen abstrakten Algorithmus implementiert man kann auch relativ leicht zeigen warum das ganze insgesamt in linear zeit läuft obwohl man hier nicht alles in konstanter zeit macht kann man sich überlegen dass immer wenn hier was gemacht wird tatsächlich das kann immer nur n mal passieren das heißt wir haben jetzt den kompletten Algorithmus vorgeführt vielleicht haben sie auch schon eine gewisse Intuition wie das funktioniert und wir werden dann beim nächsten mal den Algorithmus nochmal im schnelldurchlauf bringen die letzten invarianten hier zeigen und dann ein ausführliches Beispiel machen aber das jetzt zu raschen und dann am nächsten mal nur das Beispiel machen ist vielleicht auch nicht so gut dann ist jetzt ein guter Zeitpunkt zur Übung dazu danke so genau dann machen wir jetzt mit der Übung weiter wir gucken uns heute nochmal diese Ganztahlung Prioritätslisten an die letzte Woche glaube ich in der Vorlesung drankam und wollen die einfach mal anhand von ein paar Beispielen nochmal vertiefen und gucken uns dann nochmal ein Beispiel für so eine Average Case Analyse an die ähnlich ist wie die Average Case Analyse für Dijkstra Algorithmus aus der Vorlesung gucken wir uns heute nochmal ein Beispiel für MSTs an so nochmal was waren diese speziellen Priority Queues die wir uns angeguckt haben die waren irgendwie monoton und ganzzahlig und was das hieß war nicht nur ganzzahlig sondern eigentlich sogar positiv und ganzzahlig mussten die Schlüssel sein damit das funktioniert hat und ja das war diese ganzzahlige Bedingung und außerdem sind sie monotonen das hat bedeutet dass immer wenn wir einen minimalen Schlüssel hatten dann waren alle Schlüssel die danach noch vorkamen waren immer größer gleich dieser minimale Schlüssel also sowohl neue Schlüssel die ich in die Prioritätsliste einfüge als auch Schlüssel die verringert werden durch so eine Decrease Key Operation mussten immer größer gleich sein als das aktuelle Minimum in der Prioritätsliste außerdem haben wir dabei immer benutzt dass man bei einigen Algorithmen wie zum Beispiel Deichsrass Algorithmus irgendwie oft so ein maximales Schlüsselinkrement c feststellen kann also dass man sagt alle Schlüssel die in meiner Prioritätsliste zu jedem Zeitpunkt sind alle Schlüssel die in meiner Prioritätsliste drin sind befinden sich irgendwo zwischen einem aktuellen Minimum und diesem Minimum plus irgendeiner konstanten c und das haben wir ausgenutzt wieso das Ganze naja wenn wir so zusätzliche Bedingungen haben oder zusätzliche Einschränkungen wie die Daten aussehen die wir in unserer Datenstruktur verwalten müssen dann können wir das ausnutzen und können dadurch eine schnellere Prioritätsliste bauen und zum Beispiel haben wir dann ja auch gesehen dass wir damit Deichsrass Algorithmus schneller machen können und die Idee ist dabei im Grunde genommen dass wir nicht mal so Bäume bauen sondern dass wir unsere Schlüssel in Buckets tun die wir je nachdem welche von diesen beiden Prioritätslisten die wir uns angucken unterschiedlich aufteilen welche Schlüssel in welchen Bucket kommen aber bei beiden ist das halt irgendwie so diese Idee dann haben wir uns auch angeguckt in der Vorlesung dass Dijkstra hat irgendwie so eine Laufzeit von m mal Decrease Key im schlimmsten Fall muss ich für jede Kante in meinem Graphen muss ich einmal Decrease Key aufrufen und dann noch n mal delete min und n mal t delete min und t insert und das ist einfach jeder Knoten zumindest in einem zusammenhängenden Graphen wird jeder Knoten bei Dijkstra Algorithmus genau einmal in die Prioritätsliste eingefügt und genau einmal wird er durch eine delete min Operation entfernt so und dann konnten wir uns angucken was sind die Laufzeiten für Dijkstra Algorithmus wenn man diese binären Heaps aus Algorithmen 1 nimmt und naja setzen wir das da oben in unsere Formel ein m mal log n plus n mal log n plus log n kommen also insgesamt auf n plus n mal log n ein bisschen besser wurde das dann mit diesen Fibonacci Heaps deutlich besser eigentlich wir mussten jetzt für die ganzen Operationen die wir m mal ausführen müssen also für jede Kante einmal das waren die Degree Square Operation die waren jetzt O von 1 und auch die Operation die wir für den Knoten einmal ausführen müssen insbesondere das Delete Min hat log n Zeit gekostet und waren deshalb bei einer Laufzeit von m plus n log n also dieses m wird nicht mehr mit log n multipliziert was was Bucket queues machen ist wir haben konstanten Decrease Key konstante Zeit für Decrease Key konstante Zeit für das Insert und dieses Delete Min kostet diese Zeit die können wir einschränken durch diese Konstante wie groß der maximale Unterschied die maximale Differenz zwischen maximalen und minimalen Schlüssel unserer Priority Queue sein kann dann haben wir also dieses c mit n multiplizieren weil jedes Mal wenn wir Delete Min machen könnte das maximal also können wir die Laufzeit durch O von c einschränken und alles was wir mit Kanten machen müssen die Decrease Key Operation laufen immer noch in konstanter Zeit also m plus n mal c und da konnte man auch noch argumentieren dass das ja eigentlich nur die maximale Pfadlänge ist aber jetzt lassen wir es mal bei diesem c und Redix heaps da muss man wieder nicht dass diese Operation die man für Knoten ausführen muss logarithmisch in c Zeit brauchen und dann haben wir aus diesem n mal 10 n log c raus gekriegt so wie funktionierten die Bucket Queues nochmal wir hatten da so einen Buffer b in dem wir alle unsere Schlüssel gespeichert haben alle unsere Werte gespeichert haben und das haben wir so eine zirkuläre Liste uns vorgestellt also die hat irgendwo in diesem Buffer hat die angefangen und wenn wir am Ende vom Buffer angekommen sind dann sind wir wieder zurück zu Index 0 gegangen und da ging das Ganze dann weiter gucken wir uns gleich ein Beispiel auch noch an und außerdem hatten wir so eine Variable wo der aktuelle minimale Schlüssel drin steht das war im Grund genommen der Marker wo zur Zeit der Anfang unsere Liste war so und das wurde dann immer so gemacht dass diese Variable Min war immer der letzte Schlüssel der durch den Delete Min entfernt wurde und installiert installieren tun wir jetzt einfach mit 0 so das heißt wenn wir jetzt maximales Schlüssel Inkrement von c haben dann haben wir c plus 1 Buckets ein Bucket wo gerade der aktuelle minimale Schlüssel drin steht und c weitere wo alle anderen Schlüssel drin stehen können zum Beispiel hier unser maximales Schlüssel Inkrement was zum Beispiel in DAX das Algorithmus könnte das das maximale Kantengewicht das ist zum Beispiel 9 und dann brauchen wir 10 Buckets die Analyse dafür war auch relativ simpel wenn wir was einfügen wollten dann haben wir das einfach an der Stelle Schlüssel von diesem Element modulo c plus 1 gemacht das kann man einfach alles in O von 1 ausrechnen dann hat man Speicherzugriff auf eine Stelle und schreibt das da halt rein oder fügt das in eine Linklist oder sowas ein das ist auf jeden Fall eine O von 1 Operation wenn wir was entfernen wollten dann war das ein bisschen teurer weil wir haben im Grunde genommen dieser Min diese Variable Min also der letzte Wert den wir aus der Queue entfernt hatten muss ja nicht unbedingt auch der minimale Wert sein der jetzt gerade unsere Queue war das heißt wir muss dann irgendwie die Queue durchsuchen um den neuen Minimalen Wert zu finden und im schlimmsten Fall müssen wir dafür einfach diesen gesamten Buffer durchsuchen und der hat Größe C C plus 1 und haben also in Laufzeiten eine O von C und das Decrease Key war einfach man nimmt sich das Element aus dem Bucket raus entfernt es da und schreibt es in einen neuen Bucket rein das ist auch eine O von 1 Operation Das ist hier mal ein Beispiel wir initialisieren unsere Datenstruktur wir rechnen hier wieder mit C gleich 9 weil C gleich 9 ist ganz praktisch wenn man C plus 1 nimmt hat man 10 und mit 10 Modulo rechnen funktioniert mit Dezimalzahlen ganz gut initialisieren tun wir dieses Minimum mit 0 und jetzt fügen wir irgendwie mal ein neues Element ein zum Beispiel hier dieses A mit Schlüssel 5 und das kommt einfach in Bucket 5 weiter passiert auch nichts wenn wir nochmal B einfügen das kommt in Bucket 7 und jetzt haben wir so ein Delete Min und das ist jetzt ein bisschen teurer weil das ist zur Zeit steht dieser Minimum Wert steht auf 0 und gut dann müssen wir jetzt erstmal nach rechts suchen wir gucken uns Bucket 0 an das ist leer 1 ist angekommen sind das ist jetzt unser neues Minimum setzen diesen Wert Min setzen wir auf 5 und dann entfernen wir das Element jetzt können wir zum Beispiel ein neues Element 13 einfügen das Element 13 hätten wir vorher nicht einfügen können wenn wir es bevor wir die 5 entfernt hatten eingefügt hätten dann wäre das auch an diese Stelle 3 gekommen und wir hätten jetzt diese 13 als neues minimales Element gefunden das ging deshalb nicht weil wir gesagt haben dass der Abstand zwischen minimalen und maximalen Element maximal 9 sein kann und vorher war das Minimum auf 0 also war der maximale Schlüssel den wir einfügen konnten war 9 jetzt ist der minimale Schlüssel der steht auf 5 der minimale Schlüssel den wir einfügen können mit 14 also fügen wir das ein in so einen Bagger da können wir mehrere Elemente einfügen das macht man dann irgendwie über so eine doppelt parkettete Liste oder sowas wo man dann hinterher also auch wieder Elemente daraus löschen kann Element 11 würde dann an die Stelle kommen und decrease key ist auch nicht so kompliziert wenn wir jetzt c auf den key 11 verringern wollen dann würden wir es einfach aus dem bucket rausnehmen wo es gerade drin ist und in ein anderes nur so ein bisschen als Einführung was wir gleich mit RedX Thieves machen jemand Fragen zu Bucket Queues noch ja genau also die Frage war was würde passieren wenn wir diese 13 einfügen würden ohne die FIN vorher zu löschen und ich meine die einfache Antwort ist das entspricht halt nicht den Anforderungen die wir vorher gestellt haben wir sagen die Daten funktioniert halt einfach nur wenn der Abstand zwischen Minimum und Maximum als C ist was passieren würde wäre gehen wir mal an diese Stelle stellen wir uns mal vor wir machen jetzt wir stellen uns vor in Bucket 5 ist immer noch das Element A und das Minimum steht immer noch auf 0 ja wenn wir jetzt Delete Min ausführen würden dann würden wir wieder von links suchen Min steht auf 0 das heißt wir gucken als erstes Bucket 0 an dann Bucket 1 dann Bucket 2 und dann würden wir Bucket 3 angucken würden da drin was finden und würden denken dass das Element 10 mit Schlüssel 13 das aktuell kleinste Element wäre weil es ja falsch wäre weil es ist ja noch das Element 5 da das funktioniert einfach nicht und das haben wir halt deshalb auch verboten am Anfang sonst noch Fragen genau was heißt bei diesen Radex Heaps also was diese Bucket Heaps irgendwie als Nachteil haben ist erstens wir müssen für einen Delete Min im schlimmsten Fall durch diesen ganzen Buffer durch iterieren irgendwie 10 mal das ist schon mal teuer außerdem wenn wir jetzt ja wir haben irgendwie wir beschränken unser maximal Element durch dieses C wenn das C jetzt irgendwie groß ist dann haben wir trotzdem noch Platz der irgendwie linear in C ist das könnte ein ganz großer Buffer werden wenn wir sagen ach das sind 64 Bit Integer da brauchen wir ja nur 2 64 Buckets das geht ja nein das geht natürlich nicht das kann man lösen zum Beispiel indem man diese Radix Siebs benutzt die brauchen dann nämlich nur noch logarithmischen eine logarithmische Anzahl Buckets und außerdem sind sie auch schneller für das Delete Min also wir haben eine logarithmische Anzahl Buckets haben auch wieder so eine Variable Min ja da also sie sind schon relativ ähnlich und wenn wir ein maximales Schlüssel Inkrement von C haben dann haben wir irgendwie eine Anzahl Buckets die logarithmisch ist Logarithmus und auf den Folien wenn der Logarithmus steht das ist immer zur Basis 2 gemeint Logarithmus zur Basis 2 von C abgerundet plus 1 und dann nochmal 2 drauf einfach die 2 drauf sind im Grunde dafür da damit wir dann noch diese Minus 1 und 0 Buckets haben und gucken uns gleich an wofür die da sind na ok eigentlich ist das Minus 1 besonders und das allerletzte wir schreiben in Bucket i immer das Element also Bucket i enthält alle Elemente mit folgender Eigenschaft nämlich das Minimum aus dem Most Significant Digit von dem aktuellen Min Element und diesem Key das Minimum davon und k das ist also das i wo die Elemente reinkommen zum Beispiel habe ich achso und da gibt es irgendwie dann noch so einen Sonderfall wenn Min und Key gleich sind dann ist das Minus 1 ja also was das bedeutet ist ich gucke mir ich gebe meine beiden binäre Präsentationen vorne dem Minimum und dem Key den ich gerade einfügen will an gehe von links nach rechts durch und suche die erste Stelle wo sie sich unterscheiden und dann gucke ich welches Bit ist das ja ist also wenn das das Bit 3 ist dann kommt das halt in Bucket 3 und damit das nicht zu groß wird ja damit das nicht irgendwann Bit 100 ist haben wir diese Minimum Funktion da ja also alles was irgendwie größer ist als K wird einfach in dieses Overflow Bucket K reingeschoben so genau das hier ist das höchstwerte unterschiedlich das höchstwertige unterschiedliche Bit ist i also minus 1 wenn der Key und das Minimum gleich sind zum Beispiel wenn das Minimum gerade 8 ist das hat binäre Präsentation 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 so wenn wir jetzt diese andere Elemente einfügen wollen 0 1 0 0 1 0 0 0 0 dann gucken wir von links nach rechts durch wo ist das höchste Bit was sich unterscheidet das ist das zweite von links welches Bit ist das wenn man es mal von links durchzählen würde 0 1 2 3 4 5 6 das ist das Bit an der Stelle 6 das heißt das ganze würde also MSD von dem aktuellen Minimum also 8 und diesen 0 1 0 1 0 0 0 0 ist 6 in unserem Beispiel da oben würde das jetzt in Bucket 4 landen weil es größer ist als 4 jetzt haben wir die erste Unterscheidung haben wir jetzt im Grunde genommen deutlich weiter rechts da ist die erste Unterscheidung diese 1 im ersten Bit 0 indiziert im ersten Bit dann kommt das Ganze also in Bucket 1 na das bedeutet halt also wenn wir eine Unterscheidung an Stelle i haben dann sind alle Elemente die in dieses Bucket kommen sind an der Stelle i und allem was weiter links ist haben da das gleiche stehen und alles was weiter rechts ist beliebig na das heißt wir haben also an der Stelle in dem Bucket i haben wir also 2 hoch i verschiedene Werte die da drin gespeichert sein können na ja zum Beispiel hier wenn das MSD 6 ist dann gibt es da irgendwie 64 verschiedene Werte die da drin stehen können wenn das MSD 1 ist dann gibt es da zwei verschiedene Werte die da drin stehen können ja weil im Grunde genommen wenn man es dieses Beispiel mit dem MSD 1 angucken dann kann nur diese allerletzte Stelle die kann sich unterscheiden und da gibt es genau zwei Werte 0 oder 1 was anderes kann da nicht drin stehen so und jetzt steht da leer wenn Bit i von Min gesetzt ist kann mir da jemand sagen warum das so ist also ein Bucket ist Bucket i ist leer wenn dieser Minimumwert in seiner binäre Präsentation anstelle i eine 1 stehen hat warum ist denn das so ja genau also ich wiederhole es nochmal wenn da ein Unterschied wäre dann wäre diese Zahl kleiner als Min und das ist nicht erlaubt warum ist das so naja alles was links von dieser Stelle i ist ist das gleiche wie bei Min und das heißt die erste Stelle wo sich unterscheiden ist halt dass wo diese 1 steht naja und wenn wir das auf eine 0 kippen dann ist das auf jeden Fall eine kleinere Zahl und damit verboten so genau das haben wir da auch nochmal zwei Beispiele die gehen halt da wo die 8 eine 1 hat darf das darf nicht die erste Stelle sein an der sich eine Zahl die man in die Q einfügt von der 8 unterscheidet ist halt verboten genau so ah richtig jetzt kommen wir dazu das wollte ich hier machen genau das heißt jetzt gucken wir uns mal an welche Elemente in welches Bucket geschrieben werden wir gucken uns wieder das Beispiel von gerade eben an wo kann ich schreiben damit ihr es seht hier also wir nehmen wieder C gleich 9 das heißt K ist gleich 4 das ist genau das gleiche Beispiel was die ganze Zeit auf den Folien war und jetzt gucken wir uns mal an was ist das aktuelle Minimum und in welchem was steht in welchen Buckets Minus 1 Bucket 0 mit 1 Bucket ich weiß nicht wie viel Platz ich brauche 3 4 nicht so viel Ah ok so das heißt wir gucken uns mal an wenn wir zum Beispiel die Zahl funktioniert 0 0 0 1 also das ist eine 8 so wenn wir das haben dann haben wir also im Bucket Minus 1 haben wir immer das aktuelle Minimum also alle Elemente die den aktuellen minimalen Wert haben stehen im Bucket Minus 1 also hier steht genau die 8 drin im Bucket 0 steht alles drin was sich im Bit 1 zum ersten Mal von der 8 unterscheidet das heißt dann ist diese Stelle hier eine 1 das ist nur die 9 in Bucket 1 steht alles was sich an dieser Stelle zum ersten Mal von der 8 unterscheidet aber was ist das das ist 1 0 und 1 1 also 10 und 11 in Bucket 2 steht alles was sich hier zum ersten Mal unterscheidet also 1 1 0 bis 1 1 1 1 das müssten 12 bis 15 sein so in Bucket 3 steht jetzt nichts das haben wir gerade festgestellt das Bit an der Stelle 3 ist gesetzt also kann in Bucket 3 nichts drinstehen so ich verschiebe das hier mal ein bisschen jetzt habe ich doch mehr Platz hier nach hier ja Bucket 3 ist leer ah und was haben wir dann in Bucket 4 da haben wir alles ja offensichtlich was sich hier zum ersten Mal unterscheidet oder weiter links ist offensichtlich 1 größer als 15 ja also 16 bis naja ähm wir haben c gleich 9 wir können maximal 9 über der 8 sein das heißt 16 bis 17 so dann machen wir nochmal ein Beispiel angenommen und ein aktuelles Minimum ist 15 das ist nur 1 1 1 1 wie mehr so kann mir jemand sagen was in welchen Buckets hierbei stehen würde es sind nicht so viele Zahlen deshalb nehme ich das Beispiel ja ja genau sehr schön ähm ja also Bucket minus 1 und 15 da steht immer das aktuelle Minimum in 0 1 2 und 3 kann nichts drinstehen weil diese Bits sind alle gesetzt 0 1 2 3 sind alle gesetzt und alles andere kommt ins Overflow Bucket so und dann nochmal ein letztes Beispiel äh wie viele Stellen brauche ich da davor nochmal 3 1 0 0 0 1 0 0 so das ist eine 68 wie der ist da aus in Bucket minus 1 steht die 68 in Bucket 0 steht alles was hier eine 1 hat das ist die 69 in Bucket 1 steht alles was hier eine 1 hat und da eine 0 oder 1 das ist dann 70 bis 71 in Bucket 2 steht gar nichts weil hier ist eine 1 so und jetzt ist irgendwie was steht in Bucket 3 ähm Bucket 3 steht das fängt offensichtlich irgendwie 1 höher als diese 71 an das ist scheinbar die 72 72 bis irgendwie alles was hier 1 hat also irgendwie 79 wer glaubt dass das 79 ist ich hab blöd gefragt äh was ist es denn ok machen wir vielleicht mal so weiter dann würde hier die 80 reinkommen bis 68 plus 9 77 das macht irgendwie keinen Sinn ja ähm dieses Bucket 3 da kann im Grunde genommen gar nicht so viel reinkommen in Bucket 4 kann nämlich gar nichts reinkommen äh weil wenn wir maximal 9 über der 68 sein dürfen äh das ist nur 77 ja also wir können hier eigentlich nur bis 77 ist das auch auf dem Beamer ja können da eigentlich nur bis 77 und damit kann in Bucket 4 überhaupt nichts mehr reinkommen oh der ist leer gut dann haben wir das ähm gibt's dazu Fragen von dem was ich da gerade gezeigt habe ok das Ganze steht hier dann auch nochmal das ist genau das gleiche mit nochmalem Beispiel zwischendurch für die 10 funktioniert genauso so ähm die Laufzeiten davon waren jetzt irgendwie ein bisschen komisch insbesondere ähm hat mich das dran erinnert äh äh ich glaube wir hatten in in der Vorlesung zu den Pairing Heaps und Fibonacci Heaps da war das das war irgendwie so ein bisschen komisch das konnte ich auch nicht genau beantworten wie das war mit diesem äh Baumbeil Pairing Heaps so eine Operation die eigentlich nach O von 1 aussah nicht O von 1 hat in der amortisierten Analyse konnte er sozusagen nur sagen was man da allgemein machen könnte hier haben wir jetzt ein konkretes Beispiel und nicht wo das auch auftritt ja wenn wir es nochmal angucken das Insert das ist ein Einfügen in einem Bucket irgendwas was man in O von 1 äh ausrechnen kann und da steht aber eine amortisierte Laufzeit von Log C äh und beim Delete Min steht irgendwie auch ein Log C obwohl wir da irgendwie so ein ganzes Bucket angucken müssen alle Elemente die da drin stehen müssen wir verschieben ja weil das Delete Min war irgendwie wir suchen uns das erste Bucket was leer ist von links suchen uns das Minimum daraus und verschieben alle Elemente aus diesem Bucket verschieben wir woanders hin ähm wir haben ja gesehen dass so ein Bucket irgendwie 2 hoch i groß sein kann ja das heißt in Bucket 4 in unserem Beispiel oder im letzten Bucket ist ganz schön viel drin ähm kann sich noch jemand daran erinnern warum das Laufzeit in Log C beides hatte ja okay genau und dann was muss man dann noch im Delete Min zahlen ja genau ich wiederhole es nochmal für die die es nicht gehört haben und auch für die Aufnahme ähm die Idee ist im Grunde genommen dass wir immer wenn wir einen Schlüssel also immer wenn wir so einen neuen Bucket angucken mit einem neuen Minimum wenn unser Minimum gerade nicht in Bucket minus 1 steht werden wir alle Elemente die da drin stehen mindestens um 1 nach links verschieben also werden nie nach rechts verschoben und sie bleiben auch nie im gleichen Bucket und das bedeutet dass wir einfach wenn wir nach dieser Kontomethode arbeiten würden zum Beispiel würden wir uns in der Insert Operation einfach schon mal genug Token erzeugen um das Element was wir gerade einfügen ganz nach links zu verschieben und das sind genau Log C oder Log C plus 1 oder sowas ja das heißt also dieses ganze nach links verschieben das ganze Elemente angucken die in dem Bucket drin sind und nach links verschieben das haben wir schon in der Insert Operation durch das Erzeugen dieser Log C Tokens bezahlt und Delete Min müssen wir dann nur noch bezahlen das Bucket mit der mit dem aktuellen Minimum zu finden das ist irgendwie von links nach rechts durchlaufen und das sind auch maximal Log C genau und das Decrease Key das ist einfach das ist O von 1 so und jetzt gucken wir uns auch nochmal ein Beispiel an da haben wir noch viel Zeit ja wir initialisieren das ganze wieder mit 0 gleiches Beispiel B eben C gleich 9 das heißt K ist gleich 4 wenn wir jetzt eine 5 inserten dann müssen wir uns die binäre Präsentation von der 5 angucken das ist 0 1 0 1 und das unterscheidet sich zum ersten Mal von der 0 an der zweiten Stelle das heißt es kommt in Bucket 2 und genau das gleiche ist mit der 7 auch das ist eine 0 1 1 1 unterscheidet sich auch an der zweiten Stelle zum ersten Mal so jetzt machen wir Delete Min das Bucket hinter Minus 1 ist leer das heißt wir müssen jetzt suchen welches Bucket wir jetzt benutzen müssen und finden irgendwann das erste Bucket von links was frei ist das ist das 2er suchen darin das Minimum das ist gerade diese 5 setzen unseren Minimumwert auf 5 und jetzt verteilen wir alle Elemente wieder auf die Buckets in die sie reingehören das A kommt also ins Bucket minus 1 weil es ist genau gleich dem Minimum und das B unterscheidet sich jetzt zum ersten Mal an der Stelle 1 von der 5 so und jetzt müssen wir noch das A rauslöschen weil wir wollten ja ein Delete Min machen und wenn wir jetzt eine 13 einfügen das unterscheidet sich wenn wir uns die binäre Präsentation angucken von links das erste Mal an der Stelle 3 also kommt es in Bucket 3 da kann man auch noch eine 13 einfügen und die 11 passiert genau das gleiche mit Decrease Key ist einfach wir nehmen das Element raus verringern seinen Key und gucken in welchen Bucket das jetzt reinkommt und rausnehmen aus so einem Bucket ist wieder ganz leicht das ist eine doppeltverkettete Liste da können wir einfach Elemente rausnehmen wenn wir sie adressieren können so bei der 14 Einsätzen funktioniert genauso das ist genau das gleiche das sind viele Dinge hier so Delete Min sucht sich jetzt dieses Bucket hinter 1 mit der ja das Bucket 1 findet es mit dem B drin setzt das Minimum auf den Wert den B gerade hat schiebt das Ganze in den Bucket minus 1 löscht es wenn wir jetzt nochmal Delete mal machen müssen wir dieses Bucket mit der 3 finden ja und darin müssen wir jetzt das Minimum finden das Minimum ist scheinbar das was bei C steht ja das hat irgendwie zum ersten Mal da so eine 0 ja sieht nach einem Minimum aus und wir verschieben alles entsprechend dem neuen ersten Bit bei dem es bei dem sich von diesem neuen Minimum unterscheiden in die entsprechenden Buckets und löschen natürlich auch das kleinste Element jetzt kann man irgendwie wieder was einfügen das unterscheidet sich jetzt an der Stelle 4 zum ersten Mal jetzt haben wir mal ein Delete Min wo an der Stelle minus 1 schon was drinsteht da muss man ja gar nichts machen das löscht man einfach ähm fertig so dann ist noch was interessantes wieder Delete Min können wir alles Decrease Key können wir auch schon ja da gehe ich jetzt mal ein bisschen schneller rüber es sei denn jetzt hat irgendjemand da noch arg Probleme ansonsten würde ich da jetzt einfach so rüber gehen ich denke ich habe die meisten Schritte jetzt hier schon gezeigt na wir einen leeren Bucket finden alles nach links verschieben Element löschen so ah jetzt hier haben wir mal ein Decrease Key wo auch was passiert ja ähm wir machen Decrease Key auf dieses Element i das ist zurzeit eine recht große Zahl äh was ist das 24 und äh verringern diesen Key jetzt auf 16 ja dann kommt das in das Bucket äh minus 1 das war auch noch erlaubt weil der Minimum Pointer den wir da oben hatten war vorher genau der gleiche Wert ja das war vorher nur 16 das heißt wir nehmen das Ding aus dem Bucket 3 raus und gucken nach in welchem Bucket es jetzt gehört und es ist gerade halt Bucket minus 1 okay ähm jetzt kann man sich irgendwie fragen okay diese Idee davon war ja im Grunde genommen nur dass Sachen immer nur nach links wandern nie nach rechts und dass wir irgendwie logarithmisch viele Buckets haben ja warum macht man denn dann sowas kompliziertes irgendwie diese Minimum vom most significant digit und k warum macht man nicht einfach sowas wie Key minus das Minimum und davon Logarithmus und das muss man dann noch zu einer ganzen Zahl machen also rund man es vielleicht auf ähm weil was man dann feststellt ist man man verschiebt die Elemente immer noch nur nach links und immer noch nur maximal log c mal warum tut das denn nicht ähm und im Grunde genommen würde ich das in zwei Antworten hier sogar aufteilen und zwar das erste ist ähm mit jeder Änderung von Min ändern sich potenziell alle Buckets ja das das sehen wir hier unten zum Beispiel wenn wir das Minimum war vorher 8 und jetzt ist es 10 ja wir haben wieder dieses Minus 1 Bucket wenn die beiden gleich sind weil Logarithmus von 0 gibt es irgendwie nicht das heißt wenn es Minimum 8 ist dann ist ein Bucket minus 1 die 9 Bucket 0 ist äh Minus 1 ist die 8 Bucket 0 ist die 9 Bucket 1 die 10 Bucket 2 11 bis 12 und so weiter und wenn das Minimum jetzt 10 ist dann verändern sich auf einmal alle Buckets ja also die in Bucket minus 1 steht eh was anderes okay in 0 auch und in 1 auch das wären sozusagen die Sachen die sich auch geändert hätten mit den normalen Radix Heaps weil wir im Grunde genommen alles was in Bucket 10 war nach links verschieben mussten was halt in Bucket 1 war nach links verschieben mussten was nur die 10 war allerdings wenn wir uns jetzt halt auch mal Buckets 2 3 und 4 angucken die Ranges haben sich alle verändert von denen und das heißt wir mussten irgendwie alle Buckets einmal angucken das macht die Laufzeit kaputt und was noch viel schlimmer ist es haben sich nicht mal alle Elemente daraus verschoben das heißt dieses ganze Amortisationsargument geht komplett kaputt dass Elemente immer nach links verschoben werden weil wir zum Beispiel sehen ja vor dem Decrease äh vor dem Delete Min war zum Beispiel Element also der Key Key 15 war in Bucket 3 ja vorher war 13 bis 16 Bucket 3 und hinterher auch noch aber wir mussten das Element angucken weil wir alle Elemente in Bucket 3 angucken mussten um zu gucken ob sie nach links verschoben werden zum Beispiel Key 13 musste nach links verschoben werden das heißt wir gucken Elemente an verschieben sie nicht nach links und das macht alles kaputt ähm wohingegen mit diesen Redix Heaps passiert das nicht ja wir haben zum Beispiel wenn wir jetzt Minimum 8 haben und Delete Min machen dann ist das Minimum 9 dann hat sich nur diese 9 hat sich nach links verschoben und jetzt ist das Bucket 0 ist jetzt halt leer ja weil die 9 da eine 1 stehen hat ja und wenn wir jetzt nochmal Delete Min machen und sich das auf 10 verringert dann verschieben wir nur die ganzen Sachen aus dem Bucket 1 nach links nämlich diese 10 und 11 dann geht das hier weiter ja im Grunde genommen danach auch wieder ja wenn wir von der 10 auf die 11 gehen dann verschieben wir nur diese 11 nach links und alles was weiter rechts ist bleibt gleich denn überall 12 bis 15 sind Bucket 2 und Bucket 3 ist nichts und Bucket 14 ist alles was größer als 16 ist und das geht so weiter wenn wir von wenn wir dann die 12 als unser aktuelles Minimum haben dann müssen wir alles was in Bucket 2 ist nach links verschieben aber nichts was weiter rechts ist so ein paar Animationen gibt es diesen Radix Heaps dann noch Fragen so und jetzt gucken wir uns nochmal so eine Average Case Analyse an diesmal für Minimal Spannbäume das ist im Grunde genommen nur nochmal eine Wiederholung um nochmal zu sehen wie das funktioniert das wird jetzt komplett analog sein zu dem was in der Vorlesung auch schon gesehen habt so und zwar gucken wir uns einen Algorithmus wie gesagt zur Berechnung von Minimal Spannbäumen an kurz MST und zwar war das dieser Algorithmus von Janek und Prim den sollt ihr aus Algorithmen 1 kennen ich wiederhole ihn aber auch gleich nochmal danach funktioniert alles analog zu Dijkstra wie der Janek-Prim Algorithmus funktioniert ist ah vielleicht erstmal das Problem Minimaler Spannbaum ja was war das nochmal wir haben einen Graphen gegeben und wir würden gerne einen Baum aufspannen der nur Kanten aus diesem Graphen benutzt dabei aber alle Knoten miteinander verbindet und das Gesamtkantengewicht dieses Baumes soll bitte minimales Gewicht haben wir wollen irgendwie die leichtes sozusagen insgesamt so wenig Kantengewicht wie möglich benutzen um einen zusammenhängenden Graphen zu haben zusammenhängenden Graphen zu haben und wie der Algorithmus funktioniert ist der wählt irgendeinen Startknoten S das ist völlig egal und dann fügt der iterativ Knoten zu diesem minimalen Spannbaum hinzu und zwar einmal die die aktuell den minimalen Abstand zum Baum haben ja das ist der Unterschied im Grunde genommen zu Dijkstra ansonsten sieht das nämlich sehr ähnlich aus wie Dijkstra in Dijkstra hat man fügt man den Knoten hinzu der zurzeit den minimalen Abstand zum Startknoten hat hier nehmen wir den Knoten der den minimalen Abstand zum Baum hat also zu irgendeinem Knoten aus dem Baum genau und diese vorläufigen Abstände verwalten wir in einer Prioritätsliste und damit können wir dann immer schnell den Knoten finden der zurzeit den minimalen Abstand hat kurzes Beispiel wir starten mit Knoten S der hat jetzt irgendwie Abstand 0 klar der ist ja schon drin und gucken uns alle seine Kanten an das sind diese mit 1 und 2 und setzen also jetzt diese die Entfernung von diesen beiden Knoten auf 1 bzw. 2 als nächstes wählen wir den Knoten mit minimalem Abstand zum Baum das ist der mit der 1 fügen ihn in unseren Baum hinzu und relaxieren alle seine Kanten setzen also die Distanz von dem Knoten in der Mitte oben auf 1 und die Distanz von dem in der Mitte unten ändert sich nicht weil die Kante da hat Gewicht 3 vorher hatten wir schon eine Kante mit Gewicht 2 ein minimale der minimale Knoten also der Knoten mit minimalem Abstand ist wieder der mit der 1 kommen wir wieder hinzu relaxieren die beiden Kanten haben wir einen Knoten mit 4 und 1 Entfernung nehmen wieder den mit der 1 und das geht dann so weiter bis wir uns so einen Baum aufgebaut haben wir werden jetzt wieder so eine Analyse machen und sagen wir haben Gewichte 1 bis M wobei M die Anzahl der Kanten ist ist aber auch gar nicht so wichtig was für Gewichte das sind es sind halt alles unterschiedliche Gewichte das Wichtige dabei ist halt diese Annahme dass sie den Kanten zufällig zugeteilt sind das ist das weshalb das jetzt nicht irgendwie zu einer allgemeinen Analyse wird sondern es ist irgendwie eine gewisse Average Case Analyse für so eine bestimmte Klasse von Graphen bei denen die Kantengewichte den Kanten zufällig zugeordnet sind na was hat dann der Prima-Algorithmus für eine Laufzeit also muss auf jeden Fall mal jede Kante einmal angucken also M dann N mal also was man für jeden Knoten genau einmal machen muss man muss jeden Knoten genau einmal in die Priority Queue einfügen genau einmal löschen und genau einmal muss man den Knoten irgendwie noch in diese MST-Datenstruktur einfügen und dann kommt halt noch dieses Decrease Key und wir wollen jetzt halt nicht mehr sagen dass wir das M mal machen müssen sondern wir wollen jetzt irgendwie eine andere Abschätzung haben für diese Average Case Analyse wollen wir uns ausrechnen wie oft müssen wir Decrease Key ausführen und was wir uns dazu betrachten ist wir nummerieren wir gucken uns jetzt Knoten V an und wir gucken uns an wie oft wird Decrease Key für diesen Knoten V ausgeführt und dazu nummerieren wir einfach mal alle seinen Nachbarn durch und zwar in welcher Reihenfolge in der Reihenfolge in der die Knoten zum MST hinzugefügt werden weil das ist die Reihe immer wenn ein Knoten ein Knoten UI zum MST hinzugefügt wird das ist genau die Stelle an der entschieden wird ob über diese Kante von UI nach V relaxiert werden muss ja wann muss relaxiert werden genau dann wenn die aktuelle Distanz die an V dran steht größer ist als die Distanz die sich über diese Kante ergeben wird bei Dijkstra muss man jetzt irgendwie noch sozusagen die aktuelle Distanz von U weg argumentieren das müssen wir hier aber überhaupt nicht weil der Schlüssel der in der Prioritätsliste drin steht ist einfach genau das Kantengewicht also das heißt Decrease Key wird genau dann ausgeführt wenn das Kantengewicht niedriger ist als alle Kantengewichte die vorher angeguckt wurden so und jetzt müssen wir halt angucken wie oft das passiert und das war irgendwie wie in der Vorlesung genau diese karta-harmonische Zahl also was wir uns angucken wollen ist im Grunde genommen wenn wir uns K-Nachbarn nach und nach angucken wie oft werden wir im Mittel dieses Decrease Key ausführen und das machen wir genau so wie in der Vorlesung auch für Dijkstra wir haben eine Wahrscheinlichkeit dass der I-te Nachbar also die I-te Kante ein kleineres Gewicht hat als alle Kanten die wir vorher angeguckt haben weil die Wahrscheinlichkeit dafür ist einfach weil die Kantengewichte zufällig zugeteilt wurden ist die Wahrscheinlichkeit dafür einfach 1 durch I ja und dann wollen wir dafür einen Erwartungswert ausrechnen das heißt es irgendwie Erwartungswert über die Summe von I gleich 1 bis K von dieser Indikatorvariable I-I so I-I ist irgendwie immer 1 durch I achso ja zwischendurch kommt auch dieser Zwischenschritt das sollte wir mittlerweile schon ein paar Mal gesehen haben ja Linearität des Erwartungswertes ich kann irgendwie einen Erwartungswert in so eine Summe einfach reinziehen also der Erwartungswert dieser Summe ist gleich die Summe über die Erwartungswerte so ein Erwartungswert von dieser einzelnen Variable mit Wahrscheinlichkeit 1 durch I ist auch einfach 1 durch I ja und ja das ist diese harmonische Reihe ihr habt ja wahrscheinlich in HN oder so mal gesehen von I gleich 1 plus K 1 durch I das ist genau die harmonische Reihe steht das jetzt hier schon da steht da kommt es jetzt gleich also was wir jetzt hier nicht beweisen werden ist dass diese die Karte harmonische Zahl gerade LNK plus 1 ist das kann man dann abschätzen mit diesem genau das erste Minimum ist ein Insert das ist kein Decrease Key erst das zweite Minimum ist ein Decrease Key das heißt wir haben genau HK minus 1 Decrease Key Operation ich sehe gerade dass die Zeit eigentlich vorbei ist was da noch gemacht wird ist K ist immer der Grad von einem Knoten das heißt wir haben dann irgendwie eine Summe über die über den Logarithus der Knotengrade und dann war das Argument in der Vorlesung dass wenn ich unterschiedliche Knotengrade habe dann kann ich im Grunde genommen mache ich die Summe nur größer indem ich von einem Knoten mit großem Grad eins wegnehme und zum Knoten mit kleinem Grad dazu tue weil so der Logarithmus funktioniert ein Logarithmus hat irgendwie so eine Form dass für größere Zahlen lohnt es sich sozusagen nicht mehr größer zu werden für kleinere Zahlen macht das viel mehr weil der Logarithmus am Anfang viel steiler ist das heißt wir können das abschätzen indem wir dann Durchschnittsgrad einsetzen der Durchschnittsgrad ist zweimal Anzahl Kanten durch Anzahl Knoten und dann haben wir also diese Anzahl Decrease Key Operation ist in O von N mal LN M durch N und jetzt möchte ich euch nicht weiter aufhalten weil es ist schon ein bisschen über der Zeit und vielen Dank für die Aufmerksamkeit Und dann möchte ich euch Untertitelung des ZDF, 2020